dann rüberklettern kann ja kann ich gut und wer zeugs zum klauen viel zeugs zum klauen wunderbar die mittel vergessen noch was eine zeitung steht was neues drin ja ein bruch ist sogar verschlossen da muss was gutes drin sein und immerhin ein bild der rahmen super meistens in die rahmen teurer wie das bild und noch ein schluss hier ist aber einer ganz vorsichtig mit vier dingern so ja genau wo ich noch mal erzählen war hoffentlich kommt hier mal bald ein bisschen story ins spiel aber bisher gab es nichts außer schwermut und frügel mich fangen und am anfang gab es irgendein komisches komischen stein das ist mir irgendwie zu wenig das ist schon eine ganze weile so das wetter schlägt so dahin warte was ich den überhaupt hoch aus welchem grund jetzt häng ich hier was ist aus dieser stadt geworden sollte er mal den aus dieser stadt geworden ist das kann ich auch Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö zu werden wirklich nun gut das war beim letzten ding auch so wo ich nicht rein konnte muss ich wohl warten dass irgendwas passiert jetzt weiter den habe ich dann machen wir jetzt den hier der ist direkt hinter mir auch gut ja so wie komme ich jetzt dahin wir sind keine wochen gut dass ich nicht wissen dass ich ein klau wenig spinn naja da kann ich rein und dann da hoch oh hier sind fallen erst mal dass ich gesehen habe oh hier sind noch mehr fallen ok ich muss gucken was ich hier klauen muss ach so ich muss die fallen entschärfen nun gut nur wie da ist noch was gut dass ich hier war sonst hätte sich noch mehr verletzt irgendwas zu klauen da gibt es nicht mal was zu klauen das wäre erledigt der ist wo ganz anders hier dann da tun naja ok ich muss eine vermutlich eine büste klauen die etwas zu genau gelungen ist da steht einer kommt hier noch runter kommt hier da rein eigentlich gut da ist die haupttür das wäre eine idee ja so um also zwischen zwischenzeitliche rezensionen beim nebenquest machen rauszuhauen es ist definitiv besser wie teil drei das spiel ist auch niemand aber ich würde trotzdem sagen teil 1 und 2 haben mir viel besser gefallen ohne plakette cool die nacht dauert ewig guter fund oh cool tagebuch aber ich kann echt nicht sagen wieso das gerücht hat auch ich glaube ich weiß wieso hier ist alles offensichtlich man kommt in gebäude man weiß genau wo man hin muss und es gibt auch nur einen weg dahin bei Thief 1 und 2 das war echt hardcore da hat man eine karte aber auf der karte war nicht eingezeichnet wo man selbst grad war heißt wie eine echte karte einfach macht hier jemand alle türen zu vielleicht sollte ich es ignorieren ja macht das immer am besten aber man muss nicht wo man ist das heißt man muss sich echt in der umgebung orientieren wo man war und man muss auch erstmal suchen wo das war man kann das seit das keller da stand als hilfe aber manchmal muss man auch alles durchsuchen wo es sein könnte manchmal muss man auch den wachen und so zuhören um verstecke zu finden wo dann die sachen ähm die sind irgendwo versteckt sind die dann zu finden das war echt nicht so einfach aber heutzutage traut man ja den Spielern sowas nicht mal zu so nicht an leistung das ist ja allerhand wer das ok das ist da hinten das da das ist da das ist zurück die zwei sind da die dort wo ich hergekommen bin alles klar das heißt den kann ich noch nicht machen das heißt die zwei das heißt äh ich hab der hier der hier ist näher theoretisch warte mal dann weg ne aber der andere weg dort wo ich eben war da kann ich glaube ich durchgehen was ich gerade gesichert habe ja dann hat man sich echt den weg finden müssen und aufpassen dass einen niemand findet kann theoretisch natürlich jetzt auch meine erfahrung sein mittlerweile die ich mit spielen habe dass ich den weg einfach schneller finde aber ich glaube es nicht ich glaube es ist wirklich leichter geworden aber generell alle spiele das ist so ein so ein was ist denn hier los kaputtes lightning das ist so ein problem von den meisten spielen heutzutage wo bin ich ah hier bin ich cool 24 meter was ist da eigentlich los ist da was kaputt oh nein wie das das lightning kackt gerade ein bisschen ab bei mir 24 24 ich glaube ich gehe den anderen weg zurück ich denke es ist ein allgemeines problem dass die spiele leichter werden aber ich kann nicht sagen wieso dass die leute dümmer werden und es sonst nicht schaffen kann ich mir nicht vorstellen absolut nicht im schnitt werden die menschen eigentlich ist das zu glauben zur hölle wir kommen hier rüber ist das zu glauben ah mit einem seilfall dieselben runde die uns in die gosse stießen aus unseren häusern zerten uns aufgeknüpft haben das ja aber irgendwie in der konsol kann es eigentlich auch nicht liegen die steuerung wird leichter durch die konsolen aber aber hier ist gameplay an sich bezweifle ich stark Konsolen ist man hier sowas jetzt ähm zu verschulden dass das Schlösterknacken so easy ist und dass man nicht mehr überall springen kann und alles mögliche was ist hier was ist hier alles klar von mir aus uns aufgeknüpft haben sollte man echt mal fallen nicht erörtern was wir wo und ein schlechtes bild das ist sicher noch ein brief ach ja cool naja ich würde gerne sieben kopien oder so naja mit harenkopf ok naja anscheinend gab es noch einen anderen weg hier rein mal gucken wo er hinführt ich muss mehr schlafen ich muss mehr schlafen oh sehr schön so so und jetzt gibt es noch eine 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 genau ist die wo ist die denn ist das ach hier ist der schon wieder ektor 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 hat funktioniert ob da 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 ja ja früher war das schwerer vielleicht weil sie es nicht leichter machen konnten ich weiß es nicht ich meine damals gab es auch noch nicht so eine technik dass man irgendwie keine ahnung situations basierende knöpfe hat und so einen scheiß ja dennoch das wird das wird das wird diese ganzen lehren scheiße mein alter partner ausgeblutet wie ein schwein verdammte monster ich habe immer gesagt er ist zu nachsichtig da unten da muss er nicht höher rein wie eben so da da na dann haben wir es ja gleich wenn ich das hier rum habe kann ich wieder zurück kaum bin ich im haus schon fange ich an zu klauen ich bin kein gewöhnlicher dieb ich bin ein kleptomanischer dieb gut da muss ich wieder gucken was ich brauche das testament versteckt ja ok hier muss irgendwas wertvolles geben da hinten geht es noch weiter viel zu leicht so eine münze ist das ein knopf da wo und noch ein bild das komische bilder hier guter war noch nicht alles es gibt noch mehr oh oh kommen wir denn hier hin oh da ist ein paket das wird lady christinas kinder von ehrlicher da da war es das testament die vögeln die hier war das kann eben nur zusatz cool schön 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 Ach, da ist noch nü. Lichtschalter. Türe zu. Ich möchte ja nicht, dass man entdeckt wird. Ja, hier ist ein Sammlerstück. Schön und gut. So. Nein, kein Schmuck. Hä? Achso, ich muss den Signofschule drücken. Ziele. So. Die zwei konnte ich nicht tun. Mal wieder dahin, zurück. Ist ja mittlerweile offen, weil ich ein paar Nebenquests gemacht habe. Was weiß ich. Die andere Tür war auch scheinbar einfach so wieder offen. Wobei, das da war zu, weil keine Quest drin war. Aber jetzt ist zu, obwohl eine Quest drin war. Hm. Sollte man noch mal mit Fokus rumgucken, vielleicht geht's dir den Knopf außen. Was. 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 Oh, da kommt's schon. Oh, das ist schlecht hier. Das ist ganz schlecht hier. Das ist die Schwermut. Hahaha, Dummköpfe. Nee, Mann. Und wenn er kommt, dann renne ich. Wunderbar. So. Da ich jetzt nun weiß, hier kann ich einfach so durchspazieren. Die andere Seite. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Guten Tag. Hoppala. Wenn's jetzt die Quest gibt, dann muss man doch auch irgendwie einen Weg haben, reinzukommen. Wobei, bei den anderen wusste ich auch nicht, was ich tun sollte. Vielleicht fehlen mir noch Utensilien. Oder Hinweise. Irgendwas. Was? Hat er was geklittet zu dem? Ein Bett? Hat er was verpasst auf dem Bett? Ich glaube, ich war rekt. Ein Tagebuch. Wie konnte ich das ver- verpassen? Ich hätte lesen lernen sollen. Und dann, können sie die dummen Gesetze lesen. Mehr bringt's dir eigentlich nicht. Äh, da, 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 so. Wo ist denn was? Wo komme ich denn da hin? Aha, wo komme ich denn da rüber? Was ist das? Das ist ein Knopf? Eines Tages krieg ich dieses blöde Lied aus meinem Kopf. Nee, kann ich nicht. Oh, das ist ein Knopf. Muss ich denn hier hoch? Hoch. Muss ich da runter? Was ist denn da? Schadam. Ich bin hier nicht reich für einen Kaffee. Oh. Oh. Hä? Halt stehenbleiben! No, ich komme hier doch nicht hoch. Hey, wie? Ich dachte, ich kann hier hoch. Wie kommt man denn da hoch, um Himmels Willen? Ich bin auch nicht mehr da. Ich muss da hoch zu mir. Direkt über mich muss ich. Da ist irgendein Knopf oder sowas. Ich muss kurz warten, bis ich aufhören zu suchen. Wie komme ich da hin? Ich glaube, da war ein Knopf oder sowas. Das hört schon aus. Ja, genau. Super. Ab und zu ein Rätsel, wie man an manche Stellen kommt. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Vielen Dank.